hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von palia ja ich wollte ja eigentlich grinden übernacht was ich auch gemacht habe wie ihr seht das im moment da ist komplett voll und bin jetzt hier in der nähe von hodari da schauen wir mal eben nach der spaziergang von bahari nach kilima ist schön an den meisten tagen schade dass heute nicht die meisten tage sind ich habe gehört dass du den ersten raum deines hauses fertiggestellt hast es gibt nichts wärmeres als ein haus das du mit deinen eigenen händen gebaut hast gut also viel konnte man jetzt hier nicht machen geben kann man ihm auch nicht ich habe jetzt gedacht wegen der steine aber scheinbar will ja gar keine haben das haben wir alles gekauft die anforderungen sind noch nicht erfüllt wir müssen stufe 4 haben für die reparatur station ok weiß es nicht genau welche stufe wir haben ich weiß auch nicht warum das holz als letztes drinsteht wenn wir als letztes mit der hacke gearbeitet haben aber egal jetzt bin ich gerade am überlegen wo war das glaube ich ne moment man konnte im innen tag genau da konnte man das sehen wir sind auf drei na gut ich muss halt noch ein bisschen mehr auseinander nehmen ja da werde mich jetzt erstmal aufmachen zum weg nach hause und damit das nicht ganz so lang ist mit dem ständigen hin und her laufen schalte ich euch gleich wieder hinzu wenn mein schluckhoff hoffentlich vorbei ist und wenn wir zu hause angekommen sind bis gleich ein violett glänzendes steinchen ein königlich lila glänzender kieselstein vielleicht möchte ihn jemand haben und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu palia ich habe jetzt in der nacht noch ein bisschen ja gegrindet kann man es nicht direkt nennen aber wie ihr seht habe ich die leiste voll und mir fällt gerade ein dass ich ja eben schon mal aufgenommen habe damit habe ich euch jetzt zum zweiten mal heute schon hallo gesagt ich hoffe ihr haltet mich jetzt nicht für total bescheuert ich war zwischendurch nur mal eben auf toilette ich musste ganz dringend meinen kaffee loswerden und habe total vergessen was davor alles passiert ist oje 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 ach stimmt hier war die sache mit dem drachen so habe ich jetzt schon wieder keine keine dienst mehr was ist das wieder so haben wir aber nicht gewettet hier so hallo hüpfen ist etwas moment hier rechts war das rein wir schauen jetzt mal eben was wir bauen können oder was wir brauchen um diese kochstationen zu bauen und machen ein bisschen die taschen leer so moment wir können erstmal schon mal ein paar sachen hier rein tun weil hier diese ganzen fliege fiecher und so die kümmer natürlich alle einfach verkaufen fische kümmer verkaufen klar damit kümmer theoretisch auch was zu essen machen aber ich bin ganz ehrlich ich bin wesentlich mehr darauf angewiesen das geld zu kriegen als das mit dem essen zu machen ich würde sagen dass wir eins davon verkaufen also beziehungsweise dass wir zehn davon behalten und den rest dann immer verkaufen mit den leuchtpilz ich weiß echt nicht mehr wo ich den her habe die fälle brauchen wir mal des öfteren nehme ich mal an deswegen tun wir die auf jeden fall mit in die kiste so die koralle ich weiß gar nicht aber von der koralle doch fünf haben wir übrig gehalten für notfall da haben wir jetzt auch noch mal fünf gefunden ich war ja noch mal so ein bisschen da oben in diesen korallen bereich fünf gefunden sind immerhin 120 gold ne also darf man ja nicht verachten so dann haben wir geschlossen moment geschlossene austere ach so das sind muscheln wir haben ganz viele muscheln gefunden und kriegt dafür 324 gold hat die waldfehl silbererz habe ich irgendwie glaube ich dabei bekommen oder was ist das eisen keine ahnung die sachen tun wir natürlich mal direkt rein die steine auch ich weiß auch immer noch nicht wofür wir dieses große glänzende steinchen eigentlich haben ja das problem ist die ballern uns natürlich jetzt unseren platz voll wer sich für den großen glänzenden kiesel stein interessiert nehme ich mal an würde auch die kleinen nehmen ich tue die jetzt einfach erst mal ins inventar so damit die mir hier nicht die die plätze ständig voll ballern dann muss ich mal kurz gucken wegen den geschlossenen aus dann gegenstände aufteilen will ich nicht ja jetzt hängen wir doch nicht wieder davor wenn ich das hier öffne wobei da jetzt zwei sachen glaube ich drin waren oder wir haben einmal perfektes aus dann fleisch für 13 bekommen und die anderen sind ja neun sind übrigens sieben fokus punkte für perfekt und fünf für normal ja das ist doch cool da ist eine perle drin ach wir haben zwei perlen da drin das ist ja cool irgendjemand wollte übrigens eine perle haben mal nebenbei bemerkt scheiß drauf ob jemand die perle haben wollte wir verkaufen die für 70 denke ich ich brauche geld das ist das problem das ist wirklich ein problem weil ich würde die natürlich gerne behalten weil ich nicht weiß braucht man es noch oder braucht man es nicht braucht man es vielleicht um irgendwas herzustellen aber ich bin ganz ehrlich ich brauche geld und jetzt haben wir mit einmal ich war dummerweise zwischendurch noch fischen ich habe versucht diese glänzenden ringe zu fischen aber irgendwie ich weiß nicht das war verbuggt ich war mittendrin aber ich habe nie einen da raus gezogen und der ring hat weiterhin bestanden keine ahnung was da los war wir haben jetzt fast 1000 bekommen für eine nacht mal eben so ein bisschen gucken gut das hier war jetzt zufall ich habe gedacht vielleicht haben wir den perfekt noch nicht wir werden sie bekommen wir haben sie noch nicht bekommen das ist wahnsinn oh das ist auch wahnsinn wie viel denn noch bitte sei gegrüßt stop by and see ein neues axtrezept schon wieder ich habe doch gar nichts gemacht mit der axt aber gut dann wissen wir dass wir wieder was neues haben holen können bei ihm waren wir ja eigentlich ach nee moment nachdem wir stufe 4 glaube ich erreicht haben beim angeln war mir nicht mehr da er hat mir gewürzsprossen geschenkt das ist sehr schön vielen dank und er sagt mir dass er mir erklären kann wie man aber hier vegetarische suppe ich glaube das war das was wir bereits gemacht haben äh the secret is that i've got a receipt for seed collector badruh wir müssen unbedingt zu badruh ganz ganz wichtig äh vorher müssen wir uns aber noch mal eben was zu essen machen bevor ich das jetzt doch noch vergesse ich wollte gerade die karotten machen das war natürlich auch blödsinn und wir müssen natürlich die karotten noch abgeben genau das war es auch noch ähm fulfill five player requests achso das ist diese general general tussi wollte ich gerade sagen ähm das ist das mit den bäumen das machen wir mal ab und oh okay und machen das mal dran gut durchgemacht achso sind die abgeschlossenen ja das mit dem schlüssel hm look for the key beim mining stone ja da habe ich jetzt immer noch nicht verstanden soll man da direkt in der mine irgendwo äh schauen dass man da ähm was abbaut oder wie ist das gemeint ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich wir nehmen uns aber erstmal das essen mit dass wir da auf jeden Fall wieder ne wieder genug kam ich habe jetzt so viel jetzt habe ich vergessen wo ich hin wollte also ich glaube zu dem einen ich kann ihn nicht beschreiben ähm ken ken ne nicht kenji ähm wieso kann ich das nicht nochmal machen hallo ah jetzt wieso klappte das eben nicht so dann müssen wir schauen was haben wir denn hier alles wir können uns eine verbesserte angel holen was war das mit den repas achso genau das war das mit kupfer und holz genau wurmkiste die können wir noch nicht herstellen weil wir leder benötigen ich würde jetzt einfach mal leder anfragen ich weiß nicht wie viel jetzt ich glaube acht oder so brauchen wir ne ich mache einfach mal die die ganzen anfragen mit dem leder hier ja so mehr können wir glaube ich nicht machen erfüllen von aufträgen hier braucht einer zehnmal lehm ja glasbirnen kann ich selber noch nicht herstellen das ist die frage ähm welche aufträge sollen wir jetzt für die eine erfüllen player requests ah okay deswegen habe ich das auch nicht verstehe 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 äh wie kam ich da noch mal rein moment ich wusste es genau mit o und erfüllen vom aufträgen dann würde ich sagen das mit dem lehm kann ich nicht machen warum kann ich das nicht machen muss ich das vorher rausholen wo ist mein lehm überhaupt oh ich habe gar nicht mehr so viel eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn so dann einmal schenken zack ein ansehen habe ich bekommen na super so ich hoffe das war ja 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 okay okay dann könnte man das vielleicht offline mal machen dass einer mal was rein stellt nachdem ich brauche eine karotte oder irgendwie sowas sowas kleines oder ein holz und man dann zusammenarbeitet sag ich mal damit das schneller äh hinter eingebracht werden kann ja gut äh was können wir jetzt hier noch machen das eine können wir nicht machen so geht es wahrscheinlich schneller Lagerfeuer ist klar einfache Sägemühle Basisschmelzofen diese einfache ach Ziegel und Barren ne das ist aber der normale Schmelzofen ok ne ne ok äh den Herd kann ich auch nicht herstellen weil dafür brauche ich Keramik würden sie nicht gerne Keramik wie diese brennen kann beim Basteln verwendet werden Keramik muss ich da nicht Lehm brennen oder wie war das ich habe sogar Keramik ja wunderbar ich hab schon mal welches gebrannt das ist doch super dann gehen wir hier mal wieder rein war das die Wurmkiste ne das war der Herd genau so dann stellen wir jetzt erstmal den Herd her also Kochstation nennt sich das hier stelle dein Herd auf an ihm beginnst du die Mehrzahl der Rezepte ja ich würde sagen weiß ich nicht stellen wir mal hier auf direkt neben dem anderen Herd ne äh zwei hallo es wäre schön wenn ich den noch aufstellen dürfte hallo irgendwas ist heute ein bisschen verbackt kann das sein weil das ist so man drückt drauf und es passiert nichts irgendwie du hast deinen Herd aufgestellt die meisten Gerichte beginnen hier aber auch andere Stationen werden zum Kochen benutzt äh wenn ihr start cooking bei interacting with the stove das ist klar aber wir brauchen noch auch noch eine Vorbereitungsstation das ist die hier kann auch hergestellt werden da muss ich mal gucken für den Webstuhl brauche ich dann auch wieder Kupfer und äh Keramik dann machen wir erstmal das obwohl ich den Stoff natürlich auch gerne herstellen würde dann schmeiße ich hier mal weil die hatte ich unterschiedlich gemacht ne ja da waren die drin achso ich wollte gerade schon sagen okay dann schmeißen wir jetzt hier mal Kupfer rein damit der Kupferbarren machen kann habe ich nicht mehr allzu viel leider und dann schmeißen wir hier nochmal Lehm rein ich weiß gar nicht ich glaube Lehm an sich brauche ich in erster Linie nicht oder ich brauche wahrscheinlich nur die Ziegel hauptsächlich och das dauert auch noch Minuten lang ja dann können wir den jetzt erstmal noch nicht stellen achso das war die Vorbereitungsstation genau dann machen wir das natürlich hier hin so wähle ein Gericht aus dem Herd auf und drücke auf herstellen für die Zubereitung der Gerichte müssen die Zutaten an anderen Stationen vorbereitet achso jetzt verstehe ich das auch mit dem Sachen hineintun sobald alle Zutaten drin sind ist die Suppe mit einem letzten Rühren fertig das heißt wir können hier sagen okay ich brauche jetzt heute eine Gemüsesuppe beispielsweise können wir ja mal machen einfach mal probieren äh wir haben Gemüse wir brauchen nur ein Gemüse ne ein Gemüse ich weiß nicht was das hier ist achso das sind die Gewürze genau machen wir eins mal gehen auf herstellen musstest du den jetzt hauen damit der funktioniert oder was war das jetzt so dann kann man hier den Pilz beispielsweise vorbereiten das könnte jetzt ein anderer machen der dann bei euch drauf ist warte bis eine sich bewegende blaue Markierung ach nee nicht wieder so ein Minispiel äh möglichst nah an der größeren weißen Markierung ist und drücke dann schnell die linke Maustaste okay keine Ahnung ob ich das jetzt begreife okay perfekt hat das irgendeine Auswirkung darauf ob das gut ist oder nicht oh mein Leder mein Leder oh dankeschön dankeschön aber ich brauche noch mehr Leder äh Moment ich gehe nochmal kurz wofür brauche ich denn aber ich habe heute alles schon kann ich nichts mehr machen glaube ich äh wofür war das jetzt überhaupt wie Reciproint hä was wer hat was ruiniert äh ich habe keine Ahnung wofür brauchte ich Moment das habe ich jetzt gemacht dafür brauche ich noch Keramik das ist okay für den Glasofen habe ich das wofür brauchte ich denn jetzt Leder für die Wurmkiste ach ja für die Wurmkiste genau habe ich die jetzt ich weiß schon gar nicht mehr wie das geht habe ich die jetzt bekommen ne ähm kann ich die irgendwie abholen ah ja öffnen okay öffnen zack 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 jetzt lass mich doch mal öffnen oh man ähm und ich darf jetzt heute nicht mehr so wie es aussieht erfüllen von Aufträgen Keramik und Kupfer ja ich würde gerne eure Aufträge erfüllen das ist richtig aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel bin ich ganz ehrlich das kostet mir ein bisschen zu viel äh habe ich das jetzt im ja ich habe das jetzt im Inventar Moment da muss ich das das erst mal wieder wegtun reden kann ich auch nicht mehr ich bin hier schon total ah was muss ich jetzt doch alles machen so preparieren kann ich im Moment nicht wie misslung äh wieso misslungendes Gericht wollt ihr mich jetzt hier veräppeln essen wir trotzdem wenn wir es denn dürften kann ich nicht essen hä dieses Gericht ist irgendwie nichts geworden vielleicht freuen sich ja die Würmer darüber ja ich habe ja noch keine ich kann es ja noch nicht herstellen naja gut wenn die Würmer sich darüber freuen dann tun wir das wieso laufe ich eigentlich nach da hinten wenn ich extra eine Kiste daneben aufgebaut habe ich weiß es nicht ach ja ihr seht schon ich bin heute wieder total verwirrt und verwirrend ähm wann kommt mein Geld denn an in 5 Minuten ja toll dann hätten wir was habe ich denn jetzt dann hätten wir 1600 ja sagen wir mal 1700 wahrscheinlich muss ich jetzt wieder hin und her laufen das Problem ist wir haben jetzt natürlich auch schon wieder 4 Uhr am Nachmittag das heißt alle mit denen wir jetzt eigentlich sprechen müssen sind nämlich gleich wieder am schlafen also müssen wir uns ein bisschen beeilen übrigens so einen Gleiter habe ich ähm auf der anderen Seite auf der anderen Map gefunden das war irgendwie etwas seltsam da habe ich ein Screenshot von gemacht ich weiß nicht warum der da lag ohne ohne Herrchen oder Frauchen ach der ist ist er jetzt hier drin habe ich ihn jetzt verpasst Moment ja doch warte mal mit ihm muss ich auch noch reden da bist du ja schön dich zu sehen Einsprosse nur einen Moment ich bin mir sicher dass ich das Papier hier irgendwo hingelegt habe ähm herzlichen Glückwunsch du hast jetzt Zugang zum Gartenbauladen was bedeutet das also ah das ist ein bisschen trocken oder im Grunde gibst du mir Gold und ich gebe dir Sachen ne ich das wollen die meisten irgendwie haben immer nur mein Gold je mehr du gärtnest desto mehr kannst du bekommen und irgendwas mit Arbeit und mehr darfst du wieder nicht wissen äh Herstellungsanleihen Herstellung Saatgutsammler mit diesem Saatgutsammler können sie Samen von ausgewachsenen Pflanzen ernten ok nehmen wir ich habe keine Ahnung wie das gehen soll aber nehmen wir auf jeden Fall mit Erde platziere es in deinen Garten um deine Optionen im Gartenbau zu erweitern ich würde zwar ungern das Geld ausgeben aber wenn das das ist was ich denke und hoffe dann sollte das nochmal so eine neue Platte sein wo man drauf bauen kann und das würde ich gerne mal ausprobieren ob das wirklich so ist so dann er interessiert sich auch nicht für den Stein aber chatten können wir noch mit ihm ach so jetzt ist hier arbeitet weiter in euren Fähigkeiten und ich werde neue Leckereien für euch haben ich weiß einfach nicht auf wen ich bei der Armdrückenmeisterschaft heute Abend wetten soll Aschura tritt gegen Sifu an wer denkst du wird gewinnen ich weiß gar nicht mehr wer wer ist ähm Sifu ist stärker ach so das ist die die Schmieding glaube ich ne Aschura er hat Herz ich halte mich da raus ja das würde ich gerne sagen ja wenn das die ist die ich denke würde ich sagen Sifu weil die stärker ist du hast recht Aschura ist vielleicht im Schwertkampf geschickter aber wenn es um pure Kraft geht ist Sifu die bessere Wahl ich meine sieh dir diesen Bizeps an so genau das ist Sifu Moment der mit seiner Jagd mit dem sprechen wir auch nochmal sprich er möchte mein Steinchen auch nicht ich guck jetzt bei jedem nach ob die mein Steinchen haben wollen hast du meinen Wolkenhund Tau gesehen äh ja vor ein paar Tagen da lief er alleine rum er ist viel mehr als einfach nur ein Haustier er ist mein lieber Freund und Wegbegleiter bitte gib mir Bescheid wenn du ihn im Wald siehst ich möchte nicht dass sie mir etwas zustößt ok äh da konnten wir konnten wir konnten wir nichts mehr wieso konnten wir ach so ich dachte wir konnten den Bogen schon holen kann aber auch sein dass wir den die mir holen konnten schon geholt haben also dass das der andere gewesen ist äh Zeki Moment mit dir können wir auch noch reden heute ist es soweit das ist nicht irgendein Tag das ist dein Tag er möchte auch nichts davon haben ok äh wow sieh dir diesen süßen Rucksack an wo hast du den denn her aus dem Gemischtwarenladen du wirst deinen Kumpels jetzt davon erzählen oder sie verdienen es alles über die unschlagbaren Angebote dieses bescheidenen Händlers zu erfahren sicher wenn sie mich bezahlen ach komm schon was ist eigentlich aus der Freundlichkeit deines Herzens geworden de no outro ok denk dran ja gut es ist keine close beta mehr seit gestern es ist eine open beta also gut ich höre auf mich mit dir anzulegen viel Spaß mit deinem verbesserten Rucksack Kumpel du wirst mir später dafür dankbar sein ja und ich gebe auch zu ich wäre auch dankbar dass wir den zweiten Teil bekommen würden das Problem ist nur Moment wo ist jetzt der mit den Karotten der ist ist der hier ach ähm was führt dich in dieses Teil des Dorfes eine Karottenlieferung ist Loverboy zu beschäftigt um sie selbst auszuliefern Nayu und Kenyatta sind schon seit Ewigkeiten heimlich unterwegs ich bin mir ziemlich sicher dass es ungefähr so geheim ist wie Hasyans Poesie wiss ups mehr sollte ich besser nicht sagen wie auch immer danke für die Karotten ich glaube das Tagesgericht wird morgen Karottensuppe sein Kochbücher findet man überall einige sind in der Bibliothek haha aber die meisten liegen aus Gründen die ich ehrlich gesagt nicht einmal ansatzweise nachvollziehen kann einfach nur herum stimmt doch gar nicht ich hab noch nie eins gefunden so er möchte mein Steinchen auch nicht haben man äh bei ihm konnten wir jetzt nichts mehr machen wir hatten da alles geholt Anforderungen nicht erfüllt okay Tisch hi was kann ich für dich tun der Sonnenuntergang ist wunderschön ich wünschte ich könnte all diese Farben einfangen und sie zu einer Decke verarbeiten oder vielleicht in ein Zierkissen so sie will mein Steinchen auch nicht haben haben wir da noch irgendwas äh außer Möbel also irgendwas wichtiges was wir bei ihr kaufen können irgendwas um Möbel herzustellen können wir nicht ne na gut dann gehen wir hier auch mal raus äh mit Jail sollten wir vielleicht auch nochmal reden wir müssen ja die Beziehung so ein bisschen verbessern wie darf ich behilflich sein gibt es etwas das du gerne in Auftrag geben würdest das Feuer des Phönixmondes ist heller seit die Menschen aufgetaucht sind ich denke das hat etwas zu bedeuten alles in Ordnung es tut mir leid dass du mich in einen so abbärmlichen Zustand sehen musst musstest du jemals weinen weil die Schönheit der Sterne so überwältigend ist nein ich kann wohl kaum erwarten dass jemand der nicht ebenfalls so der Kunst zugetan ist das versteht wie es ist zu wissen dass man niemals etwas schaffen wird das ihrer Schönheit gleich kommen kann also wenn man davon ausgeht dass Sterne explodierte Planeten sind ist das jetzt keine besondere Schönheit weißt du ich bin durch so etwas wie künstlerische Wanderjahre in dieses Dorf gekommen in Palia ist man nicht einfach kraftgebohrt eine Größe selbst diejenigen die in Handwerkerfamilien wie die meine hineingeboren werden müssen sich ihren Platz verdienen bevor ich den Namen Omiata auf meine Kleidung sticken darf muss ich mir das Recht dazu verdienen ich habe eine Idee für ein Kleidungsstück das Bahari im Sturm erobern wird aber dafür muss ich zuerst violette Muscheln finden die gebe ich dir aber nicht weil die sind sehr teuer da kriege ich ganz viel Geld für und leider ist meine Suche bislang erfolgslos geblieben wobei nee violette Muscheln hatte ich noch gar nicht nee nee violette Muscheln hatte ich noch nicht ich hatte nur die normalen diese weißen meine ich er hat eine neue Aufgabe für mich die wir eigentlich gar nicht haben wollen und da war doch gerade noch einer mit den Haken das ist hier der schaffen wir das 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 ja mhm ach wegen dem Karottenkult soll ich nochmal zurückgehen okay warte auf mich du brauchst nicht schlafen ich muss vorher noch mit dir reden jetzt sag mir bitte nicht der ist jetzt hä ne der ist dahinter oder nein 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 wo bist du wo bist du Verräter oh ist nicht dein Ernst jetzt hä wo sind die ah hier ist Auni wo ist der eine da ist er oh schön etwas Gesellschaft zu haben während ich im Haus helfe ich habe alles abgeliefert ich danke dir dafür ich weiß dass ich nicht alle unsere Möhren verteilen sollte aber es macht Sugarfood so glücklich kein Problem als Zeichen meiner Wertschätzung hey ja du weißt doch dass es bei den Bugscouts all diese coolen Abzeichen zu verdienen gibt oder nun ich versuche mein Entropro mein Verkaufssachen Abzeichen zu bekommen ähm sagen sie Unternehmer wie sagen sie Unternehmer ich glaube nicht dass man das so sagen kann auf jeden Fall die Bugscouts geben mir viele tolle Sachen zum Verkaufen wenn irgendwas mit wenn wir ihnen aber danke dass ich das zu Ende lesen darf so heimtückische Rauchbombe sei ganz leise diese Rauchbombe die verhindert dass du Wanzen alarmierst äh okay dafür brauche ich dann die Sonnentropflilie schön das zu wissen weil ne hätte man vielleicht vorher dann schon holen können okay ähm Higher Chance ah okay da brauchen wir Stufe 3 für wir sollten auf jeden Fall öfter noch mal was fangen er hat das Insektarium gehabt da brauchen wir an den Stufe 20 für ihr könnt mich doch mal was ist mit ihm er wollte das Steinchen nicht haben ne genau ich hab mein Abendessen nicht aufessen können weil da zu viel Gemüse drin war wenn du meine Möhren essen willst werde ich es niemandem sagen ja gerne 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 ähm ich bin nee ich bin noch nicht runter Moment hab ich mit dir heute schon gesprochen schön dass wir uns heute begegnen ja ich glaube das war heute noch das war nicht gestern okay aber mit dir hab ich heute noch nicht gesprochen heute ist viel zu tun ich habe viel zu tun das hält mich auf Trab ich bin so froh dass wir uns abends immer zum Essen zusammen finden auch wenn Naio immer aus dem Fenster starrt und sich nach Liebe sehnt und auch nie mit seinen schlammigen Schuhen den ganzen Teppich verschmutzt das Leben ist nichts wert wenn man es nicht mit denjenigen verbringen kann die man liebt Moment sie will aber auch nicht mal ein Steinchen haben sie will auch nicht mal ein Steinchen haben warum will die mein Steinchen haben seid doch alle doof ehrlich Mann ähm mit den zwei können wir noch reden wobei es jetzt Nacht ist ich würde eigentlich jetzt eher sagen wir haben jetzt Baumwollsamen noch bekommen haben wir jetzt ja doch wir haben aber noch einiges am Platz ich würde sagen ähm dass es jetzt eh schon so spät ist dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache die Folge ist eh schon wieder was länger geworden und dass wir uns dann zum Morgengrauen sozusagen wiedersehen und wieder mal zusammenschauen was ich heute Nacht noch alles so farben konnte bis zur nächsten Folge Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren bis zum nächsten Mal Vielen Dank.